So, die nächste Folge Hardcore geht weiter. Was machen wir jetzt? Ich geh Lava holen. Sollen wir mal aus den Eimer gehen? Geh mal den Eimer und machen leer irgendwo. Da hab ich drin. Ne, weil der kann zwei Eimer Lava mitbringen. Hey mit. Dankeschön. Und dann gieß ich das Portal, Felix, ja? Achtung. Wow, dieser Turm hier draußen ist so effektiv. Und jetzt ist es gegen deinen Turm, aber es wird nur unser Spahnkirn. Was denn? Irgendwann braucht man noch. Wir brauchen aber echt Knochen, ey. Ja, damit wir unsere Hunde am Meer züchten können. Nicht nur das. Jeder braucht nur einen Hund, gell? Dann können wir unsere Hunde immer weiter vermehren und weiter vermehren und weiter vermehren. Mit einem Hund geht das, ja? Ja, jeder ein Hund. Ach so, so meinst du das. Dacht schon. Natürlich so nicht. Also mit Rotten Flash haben die dann, oder mit normalem Flash. Ach, da verbrauchen wir unser Zombie-Fleisch, das geht schon. Ja. Sonst vermehrt es, äh, sagen wir mal, ewig viel davon. Fleisch. Ja, danke schön. Hat jemand hier geguckt, ob das Zeug hier ein Apple gedroppt hat? Ich hab ein Apfel, ja. Ich hab schon die Kiste. Das ist gut. Und die Zappings auch? Ja, nja. Hab ich auch, glaub ich. Ja, die sind drin. Die sind hier drin, ne geil. Ja, eigentlich und zwar um die Setzlinge. Ein Apple. Wir haben hier auch einen normalen Wald. Ich hab hier einen Wald gefunden, der ist nicht weit weg. Ja, und ich mach hier grad unseren Eigen. Nein, Mensch, wer ist tot? Oh, fuck. Naja, gut. Ich hab hier noch ein bisschen Kohle, die nehm ich gleich mal mit. Ja, wenn ich schon mal hier bin. Oh, select. Ich hasse es. Ach Gott. Kohle. Also wie gesagt, hier ist auch noch ne Schlucht, die wir mal irgendwann mal erkunden könnten. Hm? Na. Hm, du nicht. Leute. Was? Also ich baue unsere erste Melone ab. Ja, ist schön. Geil. Du gleich die Samen hinsetzen. Uhuh, erste Melone. Mach erstmal Samen draus. Ne, ich hab schon genug. Achso. Wir haben außerdem noch zwei über. Ist schon die erste Melone fertig. Oh, alter, du läufst in mein Schwert rein, wie bescheuert bist du eigentlich. Ne, oder? Das ist jetzt nicht. Ne, ich hab ihn zwar nicht geschlagen, aber trotzdem läuft er einfach in mein Schwert rein. Ähm, Felix, ich will keine mehr Melone. Felder, das reicht. Na gut, wenn er meint. Das wird mega effizient. Im Moment haben wir sowieso noch gerade einen Liter Warzen oder so. Also nützt es eh noch nicht. Ja, du hast bestimmt noch einen stecken. Ja, aber ich warte gleich. Werf mal her. Cool, ich gebe den Lava einmal ins Wasser. Logisch. Oder mach. Oh, ist der ja bescheuert. Insofern wird er noch nicht mehr. Los ist der ja bescheuert. Vor allem, wir haben ein... Ne, wir haben noch zwei Sitzs über. Und da will er nichts noch draus machen. Hallo? Zwei Sitzs haben wir über. Felix, überlass mir die Farmarbeit. Ja, wir können ruhig schon mal ein paar Kürbisse farmen. Hab ich, hab, ich hab Kürbisse Was brauchen wir, Kürbisse? Na ja, Endermen oder so Endermen? Oh, da arbeiten wir hier noch die zwei Samen, wir haben zwei Samen, die liegen jetzt hier im Wasser und einer irgendwo auf dem Feld Ach Felix, höh, doch einfach zwei Das ist Farbenarbeit, die übernehme ich hier noch Toll, muss ich den Daumen liegen zu sein Hätte ich beide eine Kuh getötet, obwohl wir nur noch zwei drin haben Das war knapp, du Was zum Oh Gott Hey, cool Vielleicht gehts wieder so War wirklich der Grauen Torhage oder sowas Nein, 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 das war was anderes Das wär, wär viel schlimmer gewesen Das wär auch mal mehrfach schlimmer gewesen So, nein, fail Du musst das oben rüber tun Ich weiß, ich muss das von oben drauf packen, gell Ja, das wär das was Okay, das ist der mit dem meisten Herzen momentan Ich geh wieder Lava besorgen Du hast das jetzt nicht gemacht, oder? Ähm, das hier ist doch noch ein Wattereimer Dann macht er mal irgendwo leer Ha, nein, nicht mein Holz, mein Holz, Dankeschön Ich brauch das nämlich Boah, noch mal, hey, jetzt sind da schon zwei Hunde Hey, hat jemand Eimer? Da sind die ganzen Eimer Ich brauch Eimer Ja, mit den Eimern Leermachen, wenn ich mir geben Alle miteinander Komm mit dir Na dann, los Hör auf zu Lava Bring Tiere mit Wie denn, ohne Weizen Tote Tote Ja, ich hab doch schon massig Zwische sechs normales Fleisch Also Schweinefleisch Ich mein, wir sind ja keine Muslimen Wir können das ja essen Oh, wie mies Boah, was Das würde mich aber auch mal interessieren Wenn so ein Muslim Minecraft spielt Und dann Schweinefleisch findet Essen die das, oder essen die das nicht? Äh, das ist schon mal ganz interessant Stört in die Kommentare Ja Ich brauch unbedingt mal wieder ein Schwert Oder hab ich noch eins? Nein Kann dir noch ein, äh, Holzsch... äh, Steinschwert geben? Ja, das würde mir ausreichen, zum töten Ey, wo ist denn die Lava? Oh, komm mit und renn nicht sonst wo lang Geben wir noch Steinschwert Warte Steinschwert Schangedön Machen geworfene Schneebälle eigentlich Schaden? Nein Wir können aber einen tollen Schneemann drauf bauen Nächste Meloner Ja, wir können uns Schneemann nach Wächter machen Ja, als ob das was nützen würde Doch, die greifen uns sonst an Ja, aber die machen dann keinen Schaden, oder? Doch, die Schneebälle machen Schaden Dann sind zwar die den Turm rein, würde ich sagen, oder? Und die lenken auch ab Na, dann setzt man die in den Türme oben, oder? Wir haben einen Turm gebaut Die können doch nicht schießen Doch, die schießen Schneebälle Echt? Ja Komm her, mit deinem Eimer Ne, machen wir hier drüben Wir müssen das an solchen Stellen machen, wo wir dann auch das Obsidian erbauen können Oh Gott, falsch Gut, gut, dass es nur Stein war Kein Lama Ja Ein, ein Feld weit und es war Lava gewesen Warte, Felf, lass uns mal kurz da rüber gehen Was wollen? Hier rüber Da war ich schon, da ist nichts mehr da Nein, guck mal wieviel Schweine hier sind Ja, ich weiß jetzt ruhig immer welche Dann killt ihr, Alter, mach dich fertig Ja, wir sind doch schon dabei Boah, ist schon wieder eine Melone Warte, fuck Der hat jetzt keine Schweinefleisch getrobt Ich sag doch effizient, ich hab schon vier Melonen, äh, 14 Melonenscheiben Na, das geht doch schon los Ich hab auch noch welche in der Im Inventar Die können doch dann langsam anfangen zu essen, oder so Die ist doch, ihr wollt mir jetzt hier mehr Melonen machen, ne, ne Wie gesagt, wir können ja schon Essen anfangen, ne Brauchen wir jetzt nicht hier tausend Jahre lang bunkern Äh, wieso dropen meine Schweine kein Schweinefleisch? Weil du es nicht drauf hast Pam, pam, pam Oh, ich muss mal wieder auftauchen So, na gut, jetzt hab ich jetzt noch ein bisschen Clay Oh, das ist Erfahrung Hey, ich bin schon Level 6 Ich bin Level 2 Ja, ich auch Ups Puh, mein Gott Nur weil du immer zu dem Hobby verraten darfst Lass mich in Ruhe Ja, ha, 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 ha Ah, lol Nein, 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 nein Der war nicht witzig Hat jemand mal einen Pfeil? Warte, 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 du hast nachgelenkt Hä, äh, nein Du musst Mist nehmen Sehr schön Nicht für Hunde ausgeben Erstmal sammeln Ja, ich bin noch nicht bekloppt Ja, ich bin noch nicht bekloppt Fall ich doch noch selbst rein Ja Eben Darauf wollte ich hinaus Ich muss ja schon vorsichtig sein, wenn ich das überhaupt reintrage und die Tür damit öffne So So, wie macht man das jetzt da hinein Wolltest du was? Warte mal, ich mach schon, ich mach schon Arg Äh, du wolltest Essen haben Ja, wir müssen drei unten Ne, zwei müssen wir unten haben Doch zwei Oh mein Gott Oh mein Gott Einfach rein Einfach rein Ja, oder so Da mach ich mir mal schnell ne Haare Ich hab auch noch ein Lava, gell Okay, damit haben wir schon mal die erste Den ersten Block Rein, rein Block Ja, oder so Einen Eimer kannst du dir übrigens noch machen, da ist noch ein Dreieisen da Ja, aber jetzt geht ich nicht mehr raus, wird langsam nachts, glaub ich Ja Die Sonne ist schon fast, ja, die ist schon fast unten Wie sieht's denn aus? Okay, na, ich geh davor Geh weg Geh mal weg Nein, das brauchen wir doch noch Was machst du? Nein, ich will doch erstmal gucken Ach Was denn? Du, du schlägst ja unter meinen Füßen irgendwie rum Das macht mir Angst Ja, hab ich doch klar Du hast doch keine Lava mehr Du hast doch keine Lava mehr Also, wir können doch schon mal ein bisschen vorbereiten hier So, jetzt raus hier Und dann langsam ins Bett Aber wie gesagt, es ist Nacht So Boah, der Felix schlägt auch vor meinen Füßen, gell Ist ganz schlimm Ja, vor Ganz schnell mit dem Junge So, dann jetzt auch ins Bett kommt Nacht Muss nur schnell, schnell noch ne Tür craften So, ich komme Schneller Oh, eh I Was denn jetzt schon wieder auch I? Ich hab nur gesagt, ich komme Eben So Zeug Hund Gott, ey Irgend, ich komme, Alter Jetzt übertreibt's mal bitte nicht Geh mir mal einen Eimer wieder, Felix Warum? Ich komme noch mit Achso, na gut, ich geh mit dir Ist egal Wo ging's denn noch? Oh, Forest Das kannst du jetzt vergessen Ich geh ins Bäume schlagen, Marcel Da sind welche gewachsen Äh, warte mal, ich geh Ich ess erstmal ne Runde Achso, okay Ich dacht schon Gehen die geile Mine? Keine Viecher Keine Viecher Keine Viecher Ups Was? Ups, ups, ups Ich hab jetzt, äh, ungebratenes Fleisch gefunden, oder? Trottel, und du bist vergiftet, oder? Nein Was war auf dem Schweinefleisch? Man kann da nur Hungergift kriegen, also kein Schadensgift Achso, okay Ey, wo bist denn du hin jetzt? Na Da, wo es halt zu Lava geht, oder? Das wär ja der Hammer, wenn man jetzt bei Minecraft dann Lebensgiftmittel vergiftet hat und statt Hungerkeulen Dings abgezogen kriegt Das dachte ich eigentlich die ganze Zeit, dass es dadurch passiert Ne Machst du Zum Glück hast du dich gehört Ach guck mal, einer, sehr schön Dankeschön, Huhn, und dafür stirbst du jetzt Ach, der läuft der Natur, ist das nicht lustig So, ein bisschen Schweine auf dem Baum, seit wann können Schweine Na, Sigi, zwei Creeper Wie gesagt, draußen sind Bäume, die kannst du Ja, hinter mir explodiert ein Creeper, natürlich Wo bist du? Okay, dir ist nichts passiert, oder? In der Höhle, naja, ich hab ein bisschen Schaden gekriegt Und ansonsten, ich hab ne Vollstände Ja, ich hab ne halbes Herz ausbekommen Ich hab ne Vollstände, also keine Ahnung Boah, ich hab aber auch schon noch zweieinhalb, ja Mann, oh Mann Doofes Spinn-Dings Und wenn du die Lava wegpackst, immer gleich mit Stein zu machen, weil dann Schon mal so ein bisschen, weißt du, damit das ein bisschen abfließt, und damit wir dann das Obsidian besser bauen können Hast du zwei, zwei Eimer, ach, ich hab zwei Eimer jetzt Ich hab nur einen Da macht der Creeper hinter mir schon wieder zu Und da hinten ist noch ein Creeper, ich glaub's ja nicht Na gut, dann wieder zurück Warte mal, ist da drunter echt keine Lava noch? Das weiß ich nicht Ne, ist keine Ja, es kann, es kann sein, dass es nur hier so ist Ich graf mal, ich graf mal ganz vorsichtig Gold, 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 Gold und Eisen Ja, hier ist wirklich nichts, praktisch Wie überhaupt nicht Na doch, da Na ja, komm Na guck mal, da sind schon mal fünf Blöcke ohne Lava drüber Ach Gold, ach Gold Die können wir ganz simpel abbauen Na ja, hast ne Diamantspitzhacke, ich glaub da ist das erst mal ein Bildschremer Och, jetzt warte doch mal ab Na gut, vielleicht haben wir bis dahin schon das Portal fertig gebaut Na, deswegen ja Warte mal, ist das hier ein, ähm, Dings? Ja, ich hab dir gesagt, hier ist ein Ding Hey, das Was? Hier ist doch schon mal Jetzt, da ist ne Schlucht Aber ne Minischlucht So, das ist mal wurscht Ja, natürlich, ich spawn im Wasser Hä? Boah, fast gestorben Ich bin raus und rein und war auf einmal im Wasser Aber ich hab acht Gold mit nach oben gebracht, das heißt ein Goldabwehr für Sepp Ja, sehr schön, danke Jetzt wollte ich sagen, seit wann können Schafe fliegen? Dabei ist es nur ein Erdblock mit Ne, überzogen Ja, das Die vermeiden aus wie ein Schaf Ja, ja, das hab ich mir zuerst mal auch gedacht, aber ich hab's halt nicht ausgesprochen Weil ich wollte nicht wieder so, so ein Lachkrampf von Marcel haben, sodass die Qualität mal wieder so für den Arsch ist Der ist so Das sieht echt so aus Das sieht echt so aus Oh Gott Gott, das war knapp Das war verdammt immer knapp So Marcel, du wolltest mir einen Goldabwehr machen, hab ich gehört Ja, bin schon dabei Okay, sehr schön Ich glaub, dann bräuch ich erstmal keinen weiter Zweieinhalb, der macht das eigentlich für den Ferzen, sehr schön Warum sieht Weißt du, was geil wär? Was? Stell dir mal vor, Sepp hat jetzt einen Hund und Sepp schlägt außersehend Felix Ist dir was dann passiert? Das wär irgendwie sehr kontraproduktiv Ich würd das irgendwie lustig finden Okay, wir haben wieder eine Weile Felix Felix, beeil dich Äh, ja, ein Skelett Felix, beeil dich Jetzt, was? Was machst du? So Ja! Einen zweiten Knochen Das ist schön Du brauchst aber mindestens vier Knochen Stopp Und wir sehen uns in der nächsten Folge Bleib dran, ciao Tschüssi Lee